Was ist Theorie? Theorie. Schauen wir, was Theorie ist. Etymologisch systematische Zusammenfassung und Verallgemeinerung von Erkenntnissen auf einem wissenschaftlichen Gebiet. Und in diesem Kontext haben wir eben deswegen das auch fett gemacht. Diese Abschätzigkeit, bloße Vermutung und wirklichkeitsferne Meditation. Wer die theoretischen Grundlagen erarbeitet und die Grundlagen dafür erarbeitet, ist ein Theoretiker. Und eben, wie wir vorhin gesehen haben, diese Fragestellung von BBC News, ob die Population ein Tool der Reichen ist, das provoziert ja schon, dass jemand Theorien aufstellt aufgrund der Fragestellung, weil man diese ja beantworten möchte. Vom Englischen nach Deutsch übersetzt, Vorstellung, gedankliches Schema, auf Englisch Mental Scheme, von Latein Betrachtung, Spekulation, ein Anschauen, Betrachten. Vom Griechischen Theorie betrachten, spekulieren, betrachten, schlecht übersetzt. Und dann Sense of an intelligible explanation based on observation and reasoning. Also es braucht einen Grund und man hat etwas beobachtet und darum macht man da eine Erklärung. Und wir mögen uns wieder an den Eingang erinnern, wo wir gesagt haben, das, was nicht ist, muss erklärt werden. Und einfach noch zum in Erinnerung rufen, die Verschwörung ist ein Komplott und ein Komplott ist eine Verschwörung, geheime Abrede. Und demnach ist ja die Verschwörungstheorie eine bloße Annahme, eine Vermutung über irgendwelche Verschwörer, die sich zusammengetan haben und irgendetwas Geheimes, etwas Böses machen. Und wie wir jetzt schon ein paar Mal gezeigt haben, gibt es das nicht. Und wir werden da noch weitere Beispiele bringen. Und wir schauen jetzt noch kurz, was Meditieren ist. Meditieren etymologisch, sich in Gedanken, in Betrachtung versenken. Über etwas nachdenken, vorbereiten und eigentlich geistig abmessen, ermessen. Messen, Messbarkeit. Die Meditation, versunken sein in Gedanken, das ist ein Zustand. Nachdenken, das Nachdenken, religiöse Versenkung. Dann schauen wir uns einige Theorien an. Oben links. Die Chaosforschung oder Chaostheorie bezeichnet ein nicht klar umgrenztes Teilgebiet der nicht-linearen Dynamik beziehungsweise der dynamischen Systeme innerhalb der mathematischen Physik oder angewandten Mathematik. What is the Big Bang Theory? Ja, ist da eine Theorie. The Big Bang Theory explains how the universe began. Auch hier haben wir eine Erklärung, wie das Universe, also das Universum, begonnen hat. Aber es ist nur eine Theorie. Und der Universe ist ja auch ein spannendes Wort hier jetzt aus dem Englischen. Uni, Verse, Uni gleich 1, Verse gleich Strophe, Zeile oder Linie, eine Linie. Und wenn alle sich IoT und 5G, 6G, 7G, 8G angeschlossen haben, sind alle online, alle auf dieser einen Linie. Dann gibt es die Nordströmst-Theorie of Gravitation. Der Begriff Gravitation, Theory of Gravitation, Gravitation gibt es nicht. Es ist eine Theorie. Und hier haben wir spezifisch die Nordström-Theorie, was a predecessor of the general relativity, also da heißt die Vorgängerversion von Einstein. Strictly speaking, there were actually two distinct theories proposed by Finnish Theoretical. Ja, ein Theoretiker. Darum macht er ja Theorien, weil er kann ja sonst nichts anderes. The first was quickly dismissed, also er hat zwei Theorien aufgestellt. Die eine war sofort weggeschmettert. Und die zweite wurde dann etwas bekannter, the metric theory of gravitation, also auch hier metrisch messbar. Und dann eben der Einstein, Albert Einstein. Was a German born theoretical physicist, also auch der Albert Einstein war genauso ein Theoretiker, ein theoretischer Physiker wie dieser Nordström. Oben rechts, Herzsche Mechanik und Einstein's Gravitationstheorie. Ja, also es ist auch Einsteins Gravitationstheorie und nicht Nordströms, aber es ist und bleibt eine Theorie. Und auch wie bei der Verschwörungstheorie ist auch die Gravitationstheorie, die Theorie über die Gravitation spricht. Gravitation ist nicht bewiesen, ist nicht erwiesen und deswegen gibt es Sinn auch nicht. Herz Mechanik und Einstein's Theory of Gravity, das ist das Original, das hatten wir da übersetzt. Dann gibt es Erwin Schrödinger, die meisten kennen sicher auch Schrödingers Katze, wobei das gleichzeitig zutrifft. Aber erst durch die Observation, durch das Beobachten verändert sich der Zustand und bis der Anne weiß man nicht, was der Zustand ist. Man kann nur spekulieren oder glauben. Unten rechts, Kip Thorne. Kip Thorne ist ein American Theoretical Physicist, also auch so einer wie ein Nordström und ein Einstein, ein theoretischer. Der hat auch Theorien aufgestellt, hat den Nobelpreis gewonnen. Nobelpreise sind ja auch sehr spannend. Und er hat Gravitational Waves quasi entdeckt. Und daneben unten, er ist hauptbeantwortlich für die Darstellung des Schwarzen Lochs im Film Interstellar von Christopher Nolan. Und wenn man das so sieht, weiss man, dass diese visuelle Darstellung des Schwarzen Lochs nur auf Theorien basiert, auf mathematischen Theorien und nicht real ist, sondern einfach nur eine Imagination, eine Vorstellung, eine Illusion. Aber eben, wir haben approved, ja, das sind Theorien, die wir approved haben und wir glauben, dass das wahr ist. Wir glauben, dass das wirklich so ist und bauen unser ganzes Weltbild eben auf diesen Theorien auf. Und wenn man dann erkennt, dass das nur Theorien sind, Spekulationen, bloße Vermutung, dann ist die Welt eine Illusion und Weltbild, das Bild ist ja auch nur eine Vorstellung und ist nichts Reales. Und deswegen, ja, man kann kein anderes Ergebnis erwarten, wenn man immer dasselbe macht. Und hier nochmals Glauben, man glaubt an die Theorien und man glaubt, was auf Basis dieser Theorien weiter aufgebaut wird und vertraut darauf, dass das die Wahrheit ist und man verlässt sich darauf, dass die Erde eine Kugel ist und das Universum mit einem Urknall entstanden ist. Oder aber man will wissen, man erfährt, man erlebt, man ist kritisch, denkt selbstständig, mit Sinnen prüfen, loslassen. Weil, wenn wir das Beispiel nehmen mit einem guten Freund oder vielleicht auch Familienmitglieder, man glaubt, man vertraut ihnen, dass sie ehrlich sind, aufrichtig sind, wahrhaftig sind und man kann sich da fragen, wie oft toleriert man, von denen angelogen zu werden, bis man sich aufhört, auf die Aussagen zu verlassen, man hört auf zu vertrauen, man glaubt ihnen nicht mehr und muss dann schlussendlich eben auch loslassen, um nicht in diesem Lügensumpf abzubleiben. Eben über diese Wörter, Glauben, Vertrauen, Wissen, haben wir etymologische Episoden gemacht. In der ersten Staffel könnt ihr hier anschauen oder auf unserer Webseite direkt oder selbstverständlich auch auf YouTube, Playlist, Podcasts. Eben über diese Wörter, Glauben, Vertrauen, Wissen, 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 Wissen Amen.